... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Entschuldigung, kennen Sie meine Mutter Marita Larsen aus dem vierten? Was? Marita Larsen? Die hat ja mal gewohnt im vierten Stock. Kennen Sie die? Nee. Marita Larsen? Marita Larsen? Nee, keine Ahnung. Jana, du brauchst doch kein Dezo! Hallo, Mama. Willst du robjolich? Nee, danke. Nicht zum Frühstück. Was? Ich mag das. Danke. Ah, das ist Jürgen. Kennst du was? Jürgen, bist du? Geh ruhig mal. Willst du mal Hallo sagen? Mann, Christine, ey. Das ist ja ein Ding. Hat zwar vorher angerufen, war er dich ein bisschen aufgeräumt. Was machst du denn so? Jetzt lass doch nicht alles aus der Nase ziehen. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Warum warst du denn so eine beschissene Mutter? Ja. Ich will dich einfach nur verstehen. Wer hat meine Schuld? War ich zu anstrengend, zu laut, zu leise? Keine Ahnung. Nee, das ist halt dumm gelaufen damals. Du, du, du hast mich ins Heim abgeschoben. Okay. Mann, du bist meine Mutter. Ich will einfach nur wissen, ob du verkackt hast. Mama, warum? Ich hab doch nichts dafür, dass es nicht so gelaufen ist, wie Madame sich das hier vorgestellt hat. Auf Elginfocus bei Damspring. Warte. Was macht ihr da? Unterricht. Tolle Lehrer. Bringst deinem Sohn falsche Sachen bei. Misha, jetzt ist Schule. Also kann ich nicht in die richtige Schule. Die ist ja gleich da vorne. Papa, kann ich raus. Misha! Ja, hallo. Glatte. Äh, der Wagen ist, äh, fertig. Ja. Kannst abholen dann, ne? Tschüss. ? Tschüss. Nein. Danke. Musik